So, hört ihr mich. Neuer Aufbruch. Okay, leck dir irgendwas. Alles gut, oder? Okay. Ciao, Joe. Ciao. Also, okay, wer ist das? Ich muss zu einem Büro Dokument unterschreiben, um den Schlüssel zu bekommen. Oh mein Gott. Fackel benutzen. Oh mein Gott, das ist das für eine Zensi. Oh, Assalamualaikum. Ah, Tüus. Die Zensi ist immer noch ekelhaft, vallaha egal. Entschuldigung. Ah, okay. Die Zensi ist nicht fair zu diesem Haus. 16 Okuma. Bei Gott niemals. Niemals. Kann es knicken. Welcher Spieleentwickler kommt immer auf die Idee zu sagen, oh, wir lassen die Leute jetzt ein Horrorspiel spielen und die lesen ein Buch dabei. Ben juckt es, dicker. Ich nehme die Ingwäcke postkarte auf die ganze Seite. Yallah, alırız. Kein Problem. Hallo. Saber. Egal. Gut, wir haben ein paar Postkarten gesammelt. Deaths, death awaits. Komm, wir gehen mal hoch. Eine Tür. Okay, eine Tür. Wohin hingekritzelt. Wahrscheinlich wird das später zu. Ich finde das Haus an sich schön. Also groß, geräumig. The magic door. Come on. Devil. Oh, oh, oh. Oh nein, nein, nein. Okay. Die Saus, die Saus sind behindert. Mit Telefon speicher ich das Game. Aha. Ah, jede Masse. Mitnehmen. Wie viele Sachen nicht mitnehmen, gell? Wir haben einen Schlüssel bekommen. Einen Schlüssel zu irgendetwas. Hüpfen können wir nicht. Wir können uns ducken. Rennen können wir nicht. Okay, das ist schon mal wichtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Ekelhaft. Es ging. Und dann ist es sick. Eih, Digga. Du kleiner. Alter, war das lautmordig. Und nochmal. Die Sensi ist Hurensohn. Und die Lautstärke ist noch schlimmer. Wer hat Tür zugemacht, ihr kleinen Missgeboten? Oh shit, der motherfucker. Nee, Tooth Fairy. Tooth Fairy House. Tooth Fairy House. And then skim. These walls differen from the rest. These walls differen from the rest. Kleiner Huren. Ich weiß so selber, Mann. Vielleicht kriege ich die Tür auf jetzt. Ahaha. Brain. Mashaal. Kendi dachshami kurbanalim. Oh no, ne? Fuck. Oh, das ist ein bisschen. Digga. Komm raus. Valla billa, komm raus. Du kleiner Pisser. Ich habe ein Messer gefunden letztens. Ich stechte dich ab, Digga. Mein Gott, wo ist Messer? Aber wieso machst du Tür zu, Bro? Lass doch reden. Damn. Where ist das fricking Buch? Oh, soll ich... Soll ich das Buch gesprungen? Aha, das Mädchen hat Buch genommen und hat in die Magic Tür gebracht. Hässliche, du. Hässliche, kleine Hexe, du. Haben wir schon einen Kunt gefunden? Wir haben noch nichts gefunden, ne? Oh, Schatz. Ich habe Schatz, für was? Ich habe das scheiß Buch gefilmt. Amina, kodumun, çocuğu. Wo bist du, kleiner Bastard? Jetzt hast du keine M&G, du Pisser. Ena. Irgendein Gdub ettig, ja. Woher sich jetzt wissen jetzt? Ena, ne? Ich dachte auch, Ena. Aber... Ananiski. Wie hast du denn? Das Land? Ich will da leben jetzt, Allah. Ich will da auch... Wie ein Hund komme ich jedes Mal, wenn du mich rufst. Inshallah, Bro. Aber brauchst nicht wie ein Hund kommen, gülüm. Ananiski. Allah, belanwesend. Oh, das ist gut, Jo. Okay, Playground. Playground safe, Tamam. Der Haus... ...recorded. Tamam, wird aufgenommen. Was kann ich hier machen? Okay, ich stelle mich drauf. A-N-N. Anna. Ja, netz. Ich habe ausversehen nicht rausgeguckt. Und ich habe keinen Jumpscare bekommen. Allah'am, bene. Jetzt ist hier eine Tür. Was ist das für eine Einrichtung? Ah, Ena. Okay. Bacim? Ich komme, ich komme jetzt, Bac. Hurensohn, wer erschreckt. Hör auf zu erschrecken, Bac. Abfirm, lan. Wallah, die zuckt nicht, die macht nicht. Die ist korrekt. Meine Augen bleiben bei dir. Hör auf zu erschrecken. Hör auf zu erschrecken. Hör auf zu erschrecken. Irgendein Lack bewegt sich gleich, Digga. Ich habe Gänsehaut auf meinen Baden, Digga. Auf meinen Baden. Auf meinen Oberschenkel habe ich Gänsehaut. Ich habe Gänsehaut auf meinen Baden, Digga. Schokolade. Oh, man, aufinen. Aufwinen. Aufwinen. Äynen, aufwinen. Jetzt muss ich auswinen werden. Und das ist das. What the fuck? Ah, Nanos, ich geh mal. Oh, russpückel. Hi, I'm Joe Castabet. Stylist of Minikens im Spare-Time. Dir, im, im fehlt noch ein Mantel? Und ein Shirt. Ein Mantel und ein Shirt, dann aber ein Shirt. Es braucht doch noch ein fucking Mantel. Im Pen & Paper ist einfach Littello gestorben, dass ihr bescheidt müsst. Cape haben wir auch. Ah, das ist... Sick. C, H, A, Charlie, Charlie, R, einen. Woher kommt die Musik? Und woher kommt die Musik nach sie. Oh, hallo, was ist das? Däähn... 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 Däähn. Däähn... Willi zu spüren B-Filt. B-E-H-T. Veth. Nein, okay. Okay, die Krasse, danke. B-Filt. Ananı siktim kızı. Ne zıplıyo, ne zıplıyo. Ecih duk. Degar einfach Dingske. Gip slot eine Uhr. Oh mein Gott. Degar, alles gut bei dir Krasse. Degar, alles gut bei dir Krasse. Hier ist mein Preis. Dr. Roman Kastewett. Bericht über den Tod eines Säuglings. Charlie Sullivan, Patient im Alter von sieben Jahren, wohnt auf dem Kasteway. 1.15 Uhr. Charlie ist um 1.15 Uhr gestorben. Oswin, das ist Oswin. 10.30 Uhr. Bethany Müller, 17 Uhr. Anna Evans, ist vorzeitig starb. 18 Uhr. 18.45 Uhr. 2.30 Uhr. 20.20 Uhr. 20.00 Uhr. 23.00 Uhr. 4 Kinder Essep Oh jedem So the lights happen now Okay, wir haben einen Reihenfolge Es gab 4 Kinder Eins davon starb Dann starb das nächste Und danach war Anna ganz allein Und zum Schluss starb Anna Und war mit dem Rest Zusammen Ich weiß wo die Kurbel einzusetzen ist In der Wand In der Wand gegenüber der roten Tür Und jetzt kommen wir zum Labor Hier finden wir die Antworten nicht Ich kann theoretisch gesehen hier die Hand bewegen Hier ist noch eine rote Hand Ruben 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 Ah mein, das ist hier Okay Okay, 3 rote, 1 türkis Insomne Solution 4 gelbe Die Luft aus diesem Ort fühlt so kalt Kinder litten an Schlafstörungen Der hat sich beobachtet, der Huren so Da ist ein Kind drin Das sind alte Nachden Das sind alte Videos Hier kommen die rein Digga, das war nicht mein Absicht Schilder, du Bastard Ey, auswind, mein Gülüm, Digga Ich dachte, die wäre jetzt zu Looks like two tapes from Schlafstörungen, wie ist das? Sag mal, geh mal an Okay, da kommt ein Film rein, der ich später finde Okay, ich brauche einen Code Ach, du Scheiße Ich bitte Auswindung Ich hab dich Auswindung Ich hab dich hab, ich hab dich grey Wir haben Ich schätze, wenn Sie dies lesen, werde ich nicht mehr hier sein. Ich werde Ihnen also alles von Anfang an erzählen. Es ist Ihre Entscheidung, ob Sie das Insomniusprojekt speichern und fortsetzen und dort Erfolg haben wollen, wo ich gescheitert bin. Oder ob Sie alles löschen und es verschwinden lassen wollen. Nur du kannst entscheiden, wie diese Geschichte weitergeht. Löschen oder speichern. Fuck you, I will destroy everything. Now you can rest in peace. Valla, Billa, rest in the peace. I got this game. I got this game.